Eine kleine alte Rarität aus den 1980er Jahren ist hier in Sinsheim auch zu sehen und zwar von der Firma Spring die Spanisch-Brötli-Bahn als Modell in Länge von 2,15 m als gesamter Zug. Das ist wahnsinnig aufwendig damals gebaut worden in Handarbeit in der Schweiz und hier noch nichts in Fernost gebaut. Und ich muss den Zug jetzt einfach mal filmen, weil er wirklich sehenswert ist mit den Details, die hier realisiert worden sind, mit der Inneneinrichtung. Und der gesamte Zug steht hier und wird hier nochmal angeboten von der Firma Spring, wer ihn noch haben will. Es gibt wohl noch Restexemplare. Einzelne Exemplare können da wohl noch bestellt werden. Und das ist jetzt hier das erste Mal, dass er wirklich hier auf dem Spur 1-Treffen in Sinsheim zu sehen ist. Und das ist komplett aus Holz und Messing gebaut, das Modell, und komplett in Handarbeit gebaut. Und man muss sich es einfach mal anschauen und deshalb will ich jetzt einfach hier nochmal den Zug komplett zeigen als Filmaufnahme und zeige den jetzt hier einfach, weil es so toll ist. Ich habe das in der Natur auch noch nie gesehen. So viel Handarbeit, die da drin steckt und so viel Liebe zum Detail, dass ich den jetzt einfach hier nochmal komplett zeige. Das ist richtig. Ganz wichtig, das ist ja eine Beweise. Aber noch eine hier. Aber. Da kommt der hat eine. Drei. Ja, alles in Mannschaft anzusetzen. Einfach toll und das war es vom Spur 1-Treffen, vom internationalen Spur 1-Treffen in Sinsheim und es hat mich gefreut, dass Sie bei mir auf einem YouTube-Kanal vorbeigeschaut haben.